ja hallo leute ich bin es wieder euer charlie und ich bin heute in oldenburg in holstein wieder zu gast und wir wollen in die pilze gehen ja wir haben januar es war knackig kalt gestern hat man sogar eiskletter auf der straße und wir wollen jetzt gucken nach den typischen winterpilzen judas ohren aus den seitlinge und auch samtfuß rüblinge sofern wir sie finden ja seid dabei ich lade euch ein dann wünschen wir uns noch kräftig trüff trüff euer charlie so mit dabei ist die mike aus heiligen hafen dann axel der kleine polack ja und dann fahren wir mal los ne ja hier an solchen ufern lohnt es sich schon mal zu gucken wir sind übrigens mitten hier am bahnhof von oldenburg in holstein so und die haben wir sie auch schon aus den seitlinge an einem abgeschnittenen weiden stucken jetzt geht es hier in den wald rein wir gucken jetzt mal so ein bisschen auch für jeweils am straßenland sehen so jetzt sind wir hier also im wald und auf der heide und dann ist hier so ein alter pappelbaum und an diesem pappel stucken sind wieder jede menge ausländere klinge wunderbar so so Amen. So, jetzt sind wir gerade hier angekommen und was sehen wir? Der ganze Stoken hier ist voll mit Judas Oerkes. Das macht so richtig schön. So, die Maike ist da hinten am Fotografieren. Und Judas Ohren hat sie auch noch nicht gefunden. So, auch hier sind die Austernseitlinge am Kommen. Sehr gut. So, hier haben wir auch noch ein paar Austern. Ja, sind auch schön hochgewachsen. Da schmeckt er ganz bestimmt nicht nach Hundepipi. Nee, gib sie mir mal rüber. Ich packe sie in den Korb. Wunderbare Austern. Ja, hier haben wir wieder die Winterflemmlinge, die Sampfußrüblinge. Sie wachsen hier an einem kleinen Stoken. Ja, wunderbar. So, jetzt kann man sehen schön, warum der Sampfuß Sampfuß heißt. Wegen seinen samting schwarzen Fuß unten. So, jetzt riecht da schon richtig was drin. Guck mal, was für einen schönen Pilzekorb mitten im Winter. So, jetzt riecht da schon, wie ich mir nicht mehr schwarzen kann. Ja, hier haben wir eine schöne Gruppe Samtfußrüblinge, unten noch gefroren und oben wie frisch. Guckt mal hier, wunderbare, schöne Pilzgruppe, wunderbare, schöne Pilzgruppe. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist jetzt unser Fund für heute. Die Maike ist vollauf begeistert. Ja, stimmt das? Ja. Ja, dann sage ich mal, tschüss bis zum nächsten Mal und geht doch auch mal in die Winterpilze. So selten sind Austernseitlinge, Judas Ohren und Samtfußrüblinge nicht, wie ihr seht. Ja, also, tschüss bis zum nächsten Mal. Das war der erste Pilzefilm von mir in diesem Jahr. Jo, ciao. Hoffe es kommt. Ja, also, tschüss bis zum nächsten Mal.